Hallo Peter, herzlich willkommen bei Biba, ich bin Peter, ja, in diesem Video ist wieder ein ganz, ganz besonderes Video, zum Beispiel, ihr habt es zum Erlesen, ihr werdet gleich Biba. Ja, das heißt, ich will euch heute erzählen, warum ich es machen will und wieso und warum, aber geheimnisst, dass ich mit YouTube aufhöre, ich werde mit YouTube weiter machen, ja, zum Beispiel weiterhin machen, aber bloß bitte mal neue aufzuprobieren, meh. Wie ich mir euch heute erzählen, warum und wie ich darauf gekommen bin, ja, deswegen würde ich jemanden lang herumladen und dann zieht eure Video rein, bespart mit dem Video und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, wie ihr gesagt habt, dass ich live prima werde, meh. So, ich stelle euch mal auf meinen Tisch, also auf den Schrank, damit wir erzählen kommen, ähm, ja, wie ihr euch gesagt habt, werde ich live prima. So, ähm, am besten sehen euch, ähm, wie ich hier rausgekommen bin, ja. Ich bin rausgekommen in einem anderen Musical, ja, der heißt Merck Live, ja, glaube ich so ungefähr. Ja, ich hoffe, ihr habt richtig ausgesprochen, meh. Ungefähr live, heißt der, läuft live, der ist ein deutscher YouTuber, der war so Gaming-Macher, ja. Ich habe über 13.000 Abonnementen auf YouTube, meh. Damit ich auch die 13.000 Abonnementen habe, streamen ich auch einfach, meh. Weil ich möchte mit mir mehr Abonnementen haben auf YouTube, mit mir auf Instagram oder mit mir auf TikTok, sondern auch auf YouTube bitte bekannt werden, meh. Also, ich bin sonst bekannt, ja, aber nicht so, wie ich es sein soll, meh. So, ich gerne bin zu den Kommentaren, wie ich machen, in Berge, Ewa, mit Musikmarkt, mit Gitarre machen, ja. So, was ich an euch vor spiele, meh. Um euch ein bisschen was erzählen, um auch ein bisschen kennenlernen, ja. Es gibt viele Sachen, wir müssen im Dezember machen, meh. So im Herbst viele Sachen machen, meh. Am Anfang will ich euch erstmal kennenlernen, wo ihr mich besser kennenlernen, meh. Das ganze Werk ist auch WISH-Sein, meh. WISH ist eine App mit geliebem Logo, da was so ein Mensch drauf ist. Ich weiß nicht, was das ist. Da werdet es live sein. Geheim schreibt es eher. So wie auf Instagram. Ich verlege es auch ganz auf. In der Webo-Beschreibung könnt ihr euch die App-Bunde laden. Und dann könnt ihr mir folgen. Und dann könnt ihr meinen Live-Film dabei zuschauen. Und damit besser kennenlernen, meh. Ich werde euch Liga vorspielen, ja. Zum Beispiel, als ich sie, ja, meine eigene Liga bei euch vorstellen. Ich werde euch erzählen, wie ich da auch zurückgekommen bin. Und auch mit YouTube, euch darüber reden. Mit Instagram, meh. Ein ganz armer Kick, ob ihr euch auch ein bisschen darüber sprechen und erzählen. Ja. Ja. Jetzt bleibt morgen die Frage. Warum will ich mich? Ja. Ja. Genau. Die passen mit Antwort. Ja, Antwort dabei. Was ich bekendet werden will. Ja. Ich will mehr Abonnenten haben. Ja. Mit YouTube, oder Instagram, oder Kikgott, ja. Sondern auf YouTube will ich auch mehr Abonnenten haben. Ja. Kikgott, ich glaube sonst, ich habe schon mehr Abonnenten. Ja. Aber da eigentliche, was mir fehlt, ist YouTube und Instagram, meh. Ich will dann sozusagen mehr Abonnenten haben, als die anderen Streamer, meh. Ja. Meine Schmerkrenze werden so 30.000, meh. Reicht auch vollkommen aus, wenn ihr auf YouTube Bambi-Kartenabonnenten habt, meh. Reicht auch vollkommen aus. So. Im Gegenteil, fangt ihr an, Live-Beam zu machen, meh. Also am Anfang, da gibt es so 10 gemuten. Ich werde dann so 10 gemuten. Also Beamen. Ja. Ich werde für euch live sein. Egal was ihr schreibt, ich werde für euch gut sehen. Meh. Ich werde euch mal mit Kippen vorstellen. Was die auf sich haben. Und ein Live-Beam ist nur eine Haustür, das ich euch genau zeige. Meh. Also am Anfang ist es eher ein Kennenlernen-Beam. Meh. Ich werde mich besser kennenlernen. Ja. Aber ich halte nicht, dass ich euer Nummer will. Meh. Die Nummer würde euch nicht sagen. Meh. Sondern. Sondern. Dass ihr mir folgen tut. Me leiten tut. Und mir promotieren tut. Meh. Die drei Sachen. Ja. Mit Nummer kaufen. Gebringt mit. Gebringt mit. Gebringt mit. Gebringt mit. Gebringt mit. Gebringt mit. Na. Gebringt mit. Folgen, Promotieren und Leiden. Mehr sollt ihr mitmachen, so. Ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal im Gelagbeam dabei seid oder nicht. Wenn ihr im Gelagbeam dabei sein wollt, dann sagen wir mal oben da. Würde mich sehr freuen. Ja, jetzt bleibt noch die Frage. Was soll ihr bei mir machen? Die Antwort ist dabei. Musik. Was ist mit Musik? Kann man eben irgendwas unterhalten? Fragen stellen sich bei mir. Kann man euch mal zeigen. Zimmerzeichen. Rauschen, was wir machen. Kann man vielleicht Musik hören. Kann man eben was ich machen. So. Soweit bin ich am Machen. Weil ich finde einfach, Live Dream Muffin sieht mega Spaß aus. Es macht vollkommen Spaß. So. Und dann werde ich auch mit Schönen machen. Ich werde mit den Du-Werkerspielen. Ähm. Deswegen bin ich einfach Live Dream Machen. Weil Live Dream ist mega cool. Ja. So. So. Jetzt bleibt mal die Frage. Ich habe noch. Drei Fragen noch. Ja. Dann würde ich mich miteinander beenden. So. So. Die nächste Frage ist. Wer ist ja auch für sie dann gleich wie, ähm. Ja. Einmal hier dann diese Jacke an. Ne. So. Händen wir wieder ein. Ganz hier dann geben wir den Oberarm. Händen wir auch mal von hinten. Ne. Und. Ganz hier dann machen wir den Shirt an. Und dann machen wir einen Blubber. Sorry Leute. Dann machen wir den. Ja. Und dann sehen wir einen Leif Blubber an. Ah. Einen Blubber. Wie hier. Ne. So. Die Sackwerke anziehen. Dann vielleicht noch eine rohe Jacke. So. Die werden wir anziehen. Und dann noch diese Jacke. Und dann noch den Puma Blubber. Dann kann ich euch gerne mal zeigen. Wie sieht es aus. Wie sieht es aus. Wie sieht es aus. Jetzt bleibt morgen die Frage. Wer ist die Caps? Sie ist aus. Ja. Die Caps sind dann jeweils anziehen. Und dann gehen. Dann machen wir die. Dann machen wir die Schrauber. Auch egal. Die Neige. Die. Die Bäume. Die. Also. Die. ich sage alle sieht. Dann. dann sehe ich mal. The Gene genommen. Also die Gelben. Geben. Ja. Alltere, was du hier legt, sieht es am. Außer. die Gucci-Cup. Die Gucci-Cup zieht mich an, weil er einfach in der Herstellung gefahren ist. So, jetzt bleibt mir die letzte Frage, wie soll ich das Gebiet beenden? So, geblieben ist, einmal spiele ich eine Gitarre, dann kommt die Begrüßung, dann spiele ich die Gitarre, dann unterhalte mir ein bisschen, weil ich blödsinn lachen ein bisschen, trinken, ja. Und dann werde ich mir erzählen, wie ich darauf gekommen bin und warum und wie. Und dann, beim Monatikar spielen, dann kommen die Begrüßungen. Das heißt, ich werde dann so ablaufen, weil ich einfach sage, so Leute, geht bei den Wallbeam-Blogen. Wenn ihr euch den Wallbeam-Blogen erfahren habt, lasst ihr euch auf Instagram, auf YouTube, Biba und so. Ich sage ihnen eher, ich hoffe, euch hat das Gebiet gefallen und ich finde euch ein schöner Tag und so weiter. Also, so soll ich einfach ablaufen. Und die Begrüßung, soll ich dann so ablaufen, der einfach sagt, Hi Leute, ich bin, und ihr seid auch mal mein Name. Also, ich möchte immer überlegen. Auf jeden Fall soll ich jetzt so ablaufen, der sagt, Hallo Leute, mein Erklassbim, ich bin Biba, Jogging, Jogging, bla bla bla. So, dann kommt die Musik, ja. Und so weiter und so weiter und so weiter. Genau. So soll es dann dann ablaufen. Und ich finde es einfach mega cool, dass ich so einen Plan habe. Und ja. Okay, Leute. Ich würde euch das Video langsam beenden. Leute, gefällt mir heute. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, gebt ein Like da. Und dann haben wir es einfach wieder. Ich würde mich auch noch abonnieren. Willkommen bei Marc. Wenn ihr euch noch ein Name habt, guckt euch kein Geld. Wie ich sage, bei den Linken in der Beschreibung im Instagram-Klein. So geht es euch. Von den Linken in der Beschreibung in meinem TikTok-Klein. Von den Linken in der Beschreibung in meinem TikTok-Klein. Von den Linken in der Beschreibung in meinem TikTok-Klein. Und da sehen wir oben in der nächsten Folge wieder. Euer Biba. Ich bereide euch. Du Moment. Ja. An Carnegie in der Beschreibung. Sch JON F Key adjusting. Vielen Dank.